Links. Port. Wo willst du denn? Hier. Ok. Ich bin bereit. Ich bin schon mit dem Wind. Volles komischer Geräusch so. Ton ist tot. Ist der Ton weg? Bei dir auch? Ja. Das ist Peter, ne? Jetzt sind die weg. Das sind zwei. Hörst du nicht, dass da unten ein Baller ist? Das sind mehrere die hier gelandet sind. Nicht nur zwei gelandet. Wollen wir da runter? Promulieren? Der ist auf dem Schiff. Der andere ist davor, oder? Ich habe einen Kill geklaut. Ich habe noch einen Kill. Lohn. Kommen wir weiter. Das heißt, die sind da vielleicht gleich. Achtung. Der am Schiff steht doch immer noch, oder? Nein, nein, der sieht so aus. Hier unten ist noch einer ausgemacht. Lohn. Links bei dem Wagen. Ah, ja, da. Warte. Schön. Hat ihn ganz. Nice. Die Pfanne ist mir. Das Scope auch mir. Der war übrigens nicht direkt. Das heißt, der sind noch welche, ne? Könnte mal aufs Schiff gehen. Ja, ja klar. Vielleicht habe ich gerade einen gesehen. Südwesten hinten, aber nicht sicher. Wie sieht denn das aus bei dem, ey? Wie der da umchillt, ne? Das Wasser ist so laut, man. Ich lasse dich erstmal ein bisschen schwimmen. Lass uns nicht zusammenschwimmen. Dann können wir wenigstens einen noch schießen. Alter, die Luft, die legt ja viel langsamer auf als vorher. Du verarschst mich doch, oder? Ich werde beschossen. Ich sehe ihn auch. Der hat ihn, ich habe ihn gekriegt. Oh, du bist der Härteste. Lass uns mal ein bisschen aufgetrennt bleiben. Alter, bin ich dumm. Siehst du was von dem? Das war meine, Nate. Ja. Ich weiß nicht, ob er den gerade schon ruled. Ich sehe da nix bei dir. Ja, komm rüber. Probieren wir sie weiter. Ja, der läuft weg hinten. Der ist doch in einem Häuschen. In einem Häuschen ist der eine. Da wo wir waren. Ich habe ihn wieder genommen, den einen. Geh, rutsch mal ein bisschen vor. Die gucken ja nicht auf dich jetzt. Da wo wir waren, in dem Haus. Beide tot. Du bist ein Traffekt. Dann gehen wir hin. Ich freue mich dringend gut. Ich hoffe nicht, dass da noch mehr sind. Aber jetzt. Ich finde die Map optisch hübscher als da noch. Echt jetzt? Oh, schlüsst du gerade aus. Ne, ich finde Sanak schöner. Da oben steht da noch. Achso vom, vom. Jetzt ein Busch. Von der Landschaft her finde ich Sanak schöner. Die ist ähm. Grafisch. Aber vom Aufbau und so. Vom gesamten finde ich die hier schöner. Natürlich. Abwechslungsreicher. Der Schnee ist geil. Ja, Alter. Schnee im Sommer, weißt du? Wir brauchen ein Auto, Mann. Das gibt doch nicht, Alter. Ja, Mann. Wo ist denn ein Auto? Steht denn hier nichts rum? Hast du Koffer? Einen. In 35 Verbände. Kein Problem. Wir kriegen, komm gleich so ins Kreuz. Ja. Von links close. Ne, hinten, hinten. Hinter uns, hinter uns. Hinten, hinten. Bei 340 Grad Zecker. Der ist an dem Felsen da hinten irgendwo. An dem Dicken da hinten. Ja, an dem Dicken. Der trifft uns nicht. Das sind zu viele Felsen und trifft nicht. Schießt ja auch mit nem Buschi. Wir dürfen halt, wir machen einen Fehler immer, wenn wir rennen. Wir rennen so gleich. Oh, Pfanne. Was rennen wir? Gleich nicht. Du läufst gleich lang links wie rechts, wenn du so nen Haken schlägst. Ja, gut. Also, dass wir ein bisschen Kauderwäsch machen. Junge ey, da kam der doch noch von hinten einer, Mann. Hier ist ne geile Position, um zu warten auf die. Nein, nein, nein. Ich seh einen, ich seh einen. Ah! Rechts von dir. Ein bisschen rechts von dir. Ne, ne, nicht so weit. Hier hinten. 15 Grad. 15 Grad ca. Wo ist denn der? Der, der rennt da. Wollen wir schießen? Der, der rennt oben. Ja. Genau, genau da ist er ein Feld. Der müsste doch noch außerhalb sein, oder? Ist er auch. Wir sind's nämlich auch. Der schießt, der schießt, der hat den getötet. Hab ihn. Sehr nice gemacht. Der ist direkt geschoben. Ja, ja. Perfekt, Mann. Das war sauwichtig. Weil der hat jetzt den AWM Schützen getötet. Wenn wir sind laufen. Den M24 Schützen hat der getötet. Und du hast den getötet. Nice. Welche Maschine bin ich ja. Vor allem, was hat der vorgehabt? Keine Ahnung. Ich hab entschieden mit Kollateralschaden. Weil ich Maschine bin. Wir gehen jetzt in das Haus da gerade aus. Das ist bestimmt nicht gelootet. Da sind zwei Wässe drin hier unten. In dem Haus, wo ich drin bin. Hast du eine? Ja, ich hab eine. Hier ist aber auch offen, ne? Hier ist gelootet. Hast du so? Ja, oh, hier ist breit offen. Wollen wir nicht vielleicht da eins? Warte, wir sind ja... Oh fuck, wir müssen eben rufen. Komm direkt. Ja gut, wir haben eine Minute. Wie wäre rumlaufen, ne? Die Musik wird eingespielt. Ich suche nur irgendwas geiles. Vielleicht findet man noch was. Hier oben auf dem Hügel. Direkt 215 Grad. Der guckt uns an. Ist er weit weg? Direkt hier close auf dem Hügel. Warte mal. Schieß gleich. Der versteckt sich dahinter. Wir müssen weiter. Ja, ich geh nach links. Ich laufen links. Kann man, oder kann man... Ne, wir müssen rechts. Wir müssen eher rechts sind wahrscheinlich. Ja, ist auch besser so. Alter, ich geh rechts am Hügel. Wir müssen das Haus hier umlaufen. Es geht nicht anders. Ich hab mich voll getroffen, der Typ. Das ist ja was weile. Der ist auch weg. Scheiße, ich schaff das nicht. Alter, gib die... Fucking shit. Der guckt nur auf mich. Der hat dich nicht gesehen. Der guckt immer noch auf mich. Das ist immer noch auf dem Felsen. Ja, ich muss mich hier heilen halt, ne? Ja, mach das. Bist du da drin? Ne. Ne, noch nicht. Und ich muss auf ihn zu. Junge, das macht Ultraschaden. Du weißt, was passiert ist? Ne. Der war im Wolken. Ich hab die Waffe nach dem Klettern nicht in der Hand. Das gibt's nicht, dass er die Waffe denn... Warum macht denn der das? Aber warum denn? Das macht der bei den... Nimm dir immer die Waffe in die Hand danach. Ja, ich war wohl noch am Klettern. Naja, dumm. Ähm, ich hole grad was zu trinken. Jo. Mach aber schon mal ready. Jo. Aber ne gute Runde. Ja, wir sind Dritter geworden, glaub ich.